Musik Moin, mein Name ist Bernd Stöfer. Ich bin der Geschäftsführer der Feinkäserei Saasbüttel und möchte Sie hier herzlich willkommen heißen. Wir sind hier eine kleine Spezialitätenkäserei im Herzen von Dithmarschen und produzieren hauptsächlich naturgereifte Tilsitter-Sorten. Und das schon seit über 130 Jahren. Wir bekommen unsere Milch täglich von unseren Landwirten aus der Region, die nicht weiter entfernt sind als 10 Kilometer. Und diese Milch verarbeiten wir hier handwerklich zu Käsespezialitäten, die dann in unserem Käsekeller reifen. Wir haben seit Jahren eine sehr schöne Zusammenarbeit mit den City-Märkten und freuen uns auf noch viele kommende Jahre. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020